Mein Name ist Carsten Klute, ich bin Teamleiter bei der Pasionit und ich verantworte bei der Pasionit alle Tätigkeiten rund um das Thema Publishing. Es ist definitiv nicht mein erster Printday. Ich habe mal nachgeschaut, es müsste der siebte Printday tatsächlich sein. Also ich bin schon relativ lang dabei und das was einfach die Printdays über die Jahre ausgezeichnet hat, ist, dass sich hier eine Community gebildet hat, die sich immer auch vergrößert. Man lernt einfach neue Kollegen kennen und das macht es einfach aus. Das ist einfach das Treffen in Europa zum Thema Print. So würde ich es einfach beantworten wollen. Ja, wir setzen die Print Suite bei vielen verschiedenen Kunden ein und da auch letztendlich, ich sage mal von einer kleinen Lösung, angefangen mit einer reinem Commit-Implementierung bis hin zu Planning, Rendering-Servern, Briefing & Planning, also eigentlich allen Modulen, die es gibt.